Hallo und herzlich willkommen zum Actors in Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du bei dieser allerersten Folge im Jahr 2021 mit dabei bist. Eigentlich wollte ich heute eine Folge dazu machen, wie du in unsicheren Zeiten motiviert bleibst, aber irgendwie hat es sich ein bisschen anders entwickelt und ich hatte auf einmal das Gefühl, hier mal über mein Warum hinter Actors in Mind zu sprechen, denn das habe ich, glaube ich, bisher nicht so richtig getan und ich glaube, heute ist es einfach dran. Und interessanterweise hat das auch etwas mit Motivation zu tun und ja, ich werde da am Ende auch noch ein bisschen was dazu sagen. Also ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Erstmal hoffe ich, dass du gut in dieses neue Jahr gestartet bist und ja, vielleicht auch ein paar ruhige Tage hattest und das Jahr 2020 gut abschließen konntest und jetzt ruhig und mit Fokus ins neue Jahr starten kannst. Und ich möchte als erstes mal ein paar Dinge mit dir teilen, die nicht von mir kommen, die ich woanders gehört habe. Und zwar habe ich mir die Energievorschau von Baha Yilmaz angeschaut und da waren ein paar Dinge drin, die ich für wichtig empfand, auch für meine Arbeit und deswegen möchte ich sie auch hier teilen. Und ich denke auch, dass da einiges für dich wichtig sein kann, denn sie sagt, dass 2021 das Übergangsjahr ist, also wie ein Übergangsjahr und 2022 erst die wirkliche Neuordnung da sein wird. Und deswegen ist eben 2021 dieses Übergangsjahr und jetzt aber bitte nicht erschrecken, denn sie sagt auch, 2021 ist das Jahr der offenen Türen und unbegrenzten Möglichkeiten und wir bekommen ein Gefühl dafür oder das Gefühl, die Dinge selbst in der Hand zu haben. Und das ist auch mir so wichtig in meiner Arbeit, Menschen dahin zu bringen, dass sie wirklich eigenverantwortlich handeln und nicht nach alten Mustern, die irgendwie in einem stecken. Und ja, sie sagt auch, dass wir das Gefühl dafür bekommen, aber wir müssen auch etwas dafür tun. Also uns nicht irgendwie unseren negativen Energien, die wir ja auch alle irgendwie haben, hingeben, sondern uns ja aktiv etwas dafür tun, dass wir in unsere Energie kommen und weiter an unserer Veränderung arbeiten und Freiheit schaffen und uns von Altem befreien und eben diese Verantwortung zu übernehmen. Sie sagt auch, dass dieses Jahr 2021 dazu da ist oder dass nicht dazu da ist, sondern dass einfach jeder, wir alle unsere innere Weisheit noch mehr entdecken und dass es auch die Aufgabe ist, alles was in uns steckt und wirklich aus uns herauskommt, aus unserer eigenen inneren Weisheit mitzuteilen. Weil wenn wir nicht unsere Wahrheit sprechen und nicht aussprechen, was in uns steckt, dann kann das, also diese Zurückhaltung unserer selbst auch zur Belastung werden und dann würdest du dich quasi mit deinen eigenen Waffen schlagen. Es geht also wirklich darum, dein Innerstes, also deine wahre Persönlichkeit, deine Essenz nach außen zu bringen und in Harmonie mit dir selbst, mit deinem wahren Selbst zu sein und in Verbindung. Und ja, es werden auch unsichtbare Hürden aufgedeckt werden und da ist es dran, dieses Jahr dann auch einfach weiterhin, würde ich sagen, weil ich glaube, das war auch letztes Jahr schon dran, ist so mein Gefühl, ehrlich zu sich selbst zu sein und wirklich in jeglicher Hinsicht Ordnung zu schaffen und sich auch selbst Strukturen zu schaffen. Also einerseits wollen wir zwar in den Flow kommen, was auch so die letzten Jahre definitiv dran war, sagt sie auch, aber es ist jetzt auch dran, uns Strukturen dafür zu schaffen, um in diesen Strukturen zu handeln und diesen Flow auch wirklich leben zu können und dass sich das nicht so haltlos anfühlt. 2021 ist auch ein Jahr, in dem kreative und künstlerische Aspekte in den Vordergrund gelangen, was für dich als Schauspieler ganz wundervoll ist und natürlich auch für alle anderen, die diesen Podcast hören und nicht Schauspieler sind, aber es geht darum, kreative Power, die kreative Power neu zu entdecken und zu erfahren und sich selbst eben diese Strukturen zu schaffen und das dann die kreative Power aber auch auszuleben und ja, diese Energie, die in dir steckt, zu kanalisieren. Ja, dabei geht es aber auch darum, sich seinen eigenen Schattenseiten auch zu stellen und sie nicht wegzudrücken, denn durchs Wegdrücken werden sie nur stärker. Also es geht darum, die eigenen Schattenseiten auch anzuerkennen und auch eine Daseinsberechtigung zu geben. Oft haben die eigenen Schatten ja auch einen Sinn und schützen einen vor etwas oder unterstützen sogar dein Licht. Also ohne Licht kein Schatten oder auch andersrum. Jedenfalls geht es um Neuordnung, Freiheit, Selbstbestimmung, Liebe, Herz öffnen, Verletzlichkeit zulassen, die Masken ablegen, die noch getragen werden und dich wirklich mit deiner Seele zu verbinden und deine Seele und all das, deine Herzenswünsche auch wirklich auf die Erde zu bringen und ja, auch ausgelassen zu sein und deine Energie rauszulassen und nicht mehr zurückzuhalten, deine einzigartige Energie und Kraft zu leben. Und ja, sie sagt, dass es eben dieses Jahr, dass es wichtig ist, dass man so früh wie möglich damit anfängt, weil uns 2022 sonst die Entscheidungen abgenommen werden. Es geht einfach darum, auch den Kopf auszuschalten, mehr mit dem Herzen zu leben und nicht so viel zu denken, sondern zu fühlen und in seinem Körper anzukommen, bei sich selbst. Ich hatte am Neujahrstag auch echt ein sehr intensives Erlebnis. Ich habe eine Breathwork-Session gemacht, die hat mir eine gute Freundin geschenkt und ich bin ihr so dankbar dafür, weil ich wollte das schon länger mal machen, ich habe es noch nie gemacht und sie hat mir das dann geschenkt und am Neujahrstag habe ich am Vormittag diese Session gemacht und da hatte ich so ein krasses Erlebnis, was ich jetzt hier nicht im Detail teilen werde, weil es auch nicht wirklich was zur Sache hat, aber das Erlebnis, was ich da hatte, hat mich so sehr mit mir selbst verbunden, dass ich hinterher einfach so krass gespürt habe, wer ich bin und was ich zu geben habe. Und mir ist dann auch bewusst geworden, dass es eben genau darum geht, diese tiefe Verbindung mit sich selbst zu haben und sich zu befreien, weil wenn man so tief mit sich verbunden ist und wirklich mit seiner Essenz und sich im Kern spürt, dann ist man mit seinem Herzen verbunden und seiner Seele und seinem Ganzen, warum man hier ist und dann gibt es die Gedanken nicht mehr, diese einengenden, limitierenden Gedanken. Und das ist Befreiung. Warum mir das auch so wichtig ist, ist dieses Erlebnis, was ich in der Breathwork-Session hatte, hatte was mit meiner Geburt zu tun, also mit einem Geburtstrauma, was ich quasi einfach nochmal durchlebt habe und das war total gut, weil wenn man so etwas nochmal wirklich körperlich auch durchlebt, dann lässt man, also da konnte ganz viel von dieser Energie gehen. Und mir ist aber halt auch, einfach weil es jetzt um das Thema Befreiung geht, ja, ist mir jetzt auch in dieser Zeit, ich bin ja jetzt auch gerade bei meinen Eltern, da kommen ja dann auch immer viele alte Dinge nochmal hoch und dann ist mir auch nochmal klar geworden, beziehungsweise das ist mir nicht klar geworden, sondern das weiß ich, aber es wird einem dann nochmal bewusster, wie das wirklich war, weil ich, wenn ich zu Hause bin, auch oft so einfach Dinge wieder hochkommen, das kennst du sicher auch. Und ja, ich bin einfach aufgewachsen mit sehr viel Begrenzung und ich hatte einerseits, war ich ein Kind, das riesengroße Träume hatte und gleichzeitig aber auch mit ganz viel Begrenzung und fremden Regeln aufgewachsen und ich war halt auch, ich hatte so ein großes Harmoniebedürfnis, ich habe es halt vielen Recht gemacht und also mein Vater hatte Depressionen, also ich bin mit einem depressiven Vater aufgewachsen und da habe ich mich einfach auch sehr, sehr zurückgenommen und überhaupt nicht meinen eigenen Bedürfnissen gefolgt und dadurch haben sich, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, bei mir natürlich auch viele Muster aufgebaut, wo ich später im Leben auch erstmal lernen durfte, meinen eigenen Bedürfnissen wieder zu folgen und überhaupt zu hören, was meine eigenen Bedürfnisse sind und sich auch nicht mehr anzupassen. Und dieses beklemmende Gefühl, was ich hatte, das hat mich natürlich auch in meiner künstlerischen Laufbahn ganz lange eingeschränkt und darum geht es mir halt im Kern, das aufzubrechen und diese Begrenzung aufzubrechen und sich innerlich zu befreien und wirklich sein kreatives Potenzial zu entfalten. Und das hat bei mir viele, viele Jahre Stück für Stück gebraucht, das aufzubrechen, das aufzulösen, Persönlichkeitsentwicklung, weiterzulernen, immer wieder an bestimmte Punkte zu kommen, sie weiter aufzulösen und die eigene und vor allem aber auch und das war bei mir, glaube ich, 2020 so der Knackpunkt, also das Jahr, wo sich das wirklich geändert hat, in meine eigene Energie zu kommen und meine eigene Energie wiederzuentdecken und freizusetzen, wo mir auch tatsächlich das Thema Human Design auch ganz doll geholfen hat, was ich ja auch in meinen Coachings verwende oder anwende, weil man da einfach so gut sieht, wo welche Energien fließen bei jedem Menschen und was wirklich die Einzigartigkeit jeder Person ist, das kann man da so gut rauslesen und auch zu sehen, wo man sich eventuell blockiert und das war für mich der Game Changer 2020 und da habe ich ganz viel gelernt, meine eigene Energie wieder zu entdecken und sie auch auszuleben und anhand dessen eben auch Veränderungen in meinem Leben durchzuführen und ja, mit dem allen geht es darum, wirklich in Harmonie und in Verbindung mit sich selbst zu kommen. Ja, wie ich es vorhin gesagt habe, es geht um Verbundenheit mit sich, mit seinem Herzen, mit seiner Seele und so wirklich aus seinen eigenen Begrenzungen rauszukommen und sich zu entfalten und wirklich die Persönlichkeit zu sein und auch zu verkörpern, die man ist und wenn man das alles schafft, seine eigenen Begrenzungen zu lösen oder Schritt für Schritt zu durchbrechen, sein wirkliches Potenzial zu entdecken und zu entfalten und der Mensch zu leben, der man wirklich ist, im Kern, in seiner Essenz, dann führt kein Weg dran vorbei an der Erfüllung, an Jobs, an seinem Traumleben und ja, das passiert nicht heute von morgen, das ist auch eine Arbeit, definitiv, aber wie gesagt, ich war ein Kind, das große Träume hatte und 2020 war für mich das Jahr, wo ich gespürt habe, was möglich ist, wenn man Wege geht, wenn man Schritte tut, wenn man Mauern aufbricht und die eigenen Erfahrungen verändert, denn im Grunde sind es die Erfahrungen, die wir selber gemacht haben in unserer Kindheit, die dann unser Denken beeinflussen oder prägen und es sind diese Erfahrungen, die man unterbewusst sich immer wieder kreiert, die man als Begrenzung spürt. Es ist nichts anderes und ja, es hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Wochen einfach so entwickelt, dass ich gemerkt habe, die Worte für mich, die ich auch in meine Arbeit reingeben möchte und was ich mir für dich wünsche und für meine Klientinnen, für alle, die meinen Podcast hören, für alle, die meine Workshops machen, die meine Mentorings machen, die mit mir arbeiten, ist es wirklich, sich von diesen Grenzen, von diesen, ja, von diesen Begrenzungen zu befreien, von den eigenen Begrenzungen zu befreien und wirklich die Persönlichkeit, die du bist, zu entfalten. Und deswegen sind Befreiung und Entfaltung meine Wörter für dich, für 2021 und auch mein Warum, was wirklich im Grunde in meiner tiefsten Kindheit auch angefangen hat, dieses Bedürfnis, sich zu befreien und was ich über Jahre gemacht habe und gelernt habe. Und das ist meine Intention, mein Wunsch für 2021. Ich möchte den Schauspielern und Schauspielerinnen da draußen dir helfen, aus diesem Paradigma, aus dieser Denkweise der eigenen Erfahrungen auszusteigen, weil ich weiß, dass es so viele gute Schauspieler und Schauspielerinnen da draußen gibt, die nicht ihr volles Potenzial zeigen, weil ihre eigenen Erfahrungen in ihrem eigenen Leben zu einem Gefängnis geworden sind. Und sorry, dass ich das jetzt so hart ausdrücke, aber das ist einfach so. Es ist eine Mauer oder eine Wand oder ein Gefängnis, eine Blockade, wie auch immer man es nennt, die man sich selbst aufgebaut hat. Und ja, das ist mein tiefstes Bedürfnis, dir, euch allen dabei zu helfen, sich von diesen Mauern zu befreien und ein eigenes, ein neues Paradigma, eine neue Denkweise zu erschaffen, in der Träume möglich werden, weil die eigenen Begrenzungen nämlich dann nicht mehr zählen. Und das ist mein Wunsch und mein Warum für dich 2021. Und ich weiß, jetzt komme ich zum Thema Motivation. Ich weiß, dass das herausfordernde Zeiten sind. Vor allem weiß auch keiner, wie es weitergeht. Es ist einfach, es herrscht so eine gewisse Unsicherheit. Manche können damit besser umgehen, manche weniger. Manche spüren das mehr, manche weniger. Das hat auch immer was damit zu tun, wie sehr dieses Thema Unsicherheit auch bei einem selber ein Thema ist. Aber genau das ist auch unsere Chance. Uns wirklich mit unserer Essenz, sorry, dass ich das so oft sage, uns wirklich mit unserer Essenz, mit unserem Herzen, mit unserer Seele zu verbinden und neue Wege zu begehen. Das ist doch wunderschön. Jetzt endlich sind wir quasi dazu gezwungen, uns wieder auszuprobieren, zu experimentieren, zu schauen, wie es funktioniert, weil nämlich die Welt, die wird nicht mehr so funktionieren wie vorher. Also wie vor Corona, meine ich jetzt. Es wird sich verändern, es muss sich alles verändern. Und wie ich ja zu Beginn gesagt habe, 2021 ist ein Übergangsjahr. Wir dürfen uns neu ausprobieren. Wir dürfen neue Wege suchen, neue Türen finden. Und ja, es ist das Jahr, sich auszuprobieren und zu schauen, wo es lang geht, nach Türen zu suchen, wenn eine Tür zu ist, dann zu gucken, wo die andere ist, die wir vielleicht nicht gesehen hätten, wenn die eine Tür so offen gewesen wäre. Also wirklich zu gucken, wo geht mein ganz individueller Weg entlang. Und dafür ist dieses Jahr da und dafür möchte auch ich da sein, um dir zu helfen, diesen Weg zu finden und zu gehen und dich auszuprobieren. Und ja, vielleicht auch zu scheitern mal, aber daraus auch zu lernen und dann wieder eine neue Tür zu finden und zu merken, dass dieses Scheitern vielleicht einfach nur ein Geschenk war, weil es gar nicht dein Weg war oder nicht deine Richtung. Ich weiß, es klingt so abgedroschen, aber es ist wirklich so, das Leben ist immer für dich. Und ich glaube, dieses Jahr ist extrem dafür da, dass wir unsere Wege finden dürfen, also suchen dürfen und auch finden dürfen und wirklich aktiv und aufmerksam schauen, wo geht mein ganz individueller Weg entlang. Und wenn du die Motivation verloren hast in diesen Zeiten, weil ich weiß, es steht auch vieles still, ich höre es auch von vielen, ja, also die fühlen sich so ein bisschen ohnmächtig aufgrund dieser Situation, haben vielleicht auch die Motivation verloren oder generell auch so ein Thema vielleicht auch nach vielen Jahren sich noch zu motivieren. Ich kann dazu nur sagen, auch das, und das wiederhole ich jetzt heute häufiger, weil mir das einfach so klar geworden ist, wenn du wirklich mit dir verbunden bist, mit der Person, die du wirklich bist und weißt, warum du das alles tust und weißt, wohin du gehst, was deine Vision ist, was dein, der Sinn dahinter ist. Das kann man natürlich rausfinden, das sollte man auch rausfinden, aber wenn du wirklich mit dir verbunden bist, dann wirst du das auch wissen und dann, je tiefer du mit dir verbunden bist, desto mehr Kreativität hast du, desto mehr kreative Power hast du, desto mehr Motivation und desto mehr kannst du dich auch wirklich auf das fokussieren, was in dir steckt, weil, wie ich auch vorhin gesagt habe, du dann mit deinem Herzen verbunden bist und die Dinge, die in deinem Kopf abgehen, dann nicht mehr so laut sind. Und wenn du diese Verbindung mit dir hast, dann lebst und verkörperst du auch viel leichter das, wovon du träumst. Und desto stabiler bist du auch und desto weniger können Dinge dich umhauen oder Unsicherheiten im Außen. Das kann ja auch was total Interessantes und Spannendes sein, nicht genau zu wissen, wo es hingeht. Das wissen wir sowieso nie. Ich meine, Anfang letzten Jahres wusste noch keiner was von Corona. Das Jahr ist auch ganz anders gelaufen. Wir wissen ja nicht, was dieses Jahr kommt. Das Einzige, was du tun kannst, was dir Sicherheit und Stabilität gibt und auch Motivation, ist wirklich diese Verbindung zu dir selbst und wirklich in der Tiefe zu dir selbst. Also ich kenne das von mir selber, wenn ich zweifle, ich hatte auch vor ein paar Wochen so eine kurze Phase, wo ich auch wieder auf einmal gemerkt habe, dass ich so viele Zweifelgedanken auf einmal hatte und ich auch dachte so, macht das alles Sinn? Sollte ich nicht doch nochmal einen anderen Weg gehen? Also wirklich, da kommen Gedanken hoch, wo ich denke, woher kommt das denn jetzt? Und dann habe ich mich immer wieder aktiv mit mir verbunden in Meditationen, in Sessions, mit Mentoren, immer wieder mit meinem Warum mit mir verbunden. Und das ist auch der Prozess jetzt die letzten Wochen gewesen, dass ich mich damit immer mehr beschäftigt habe oder immer aktiver einfach immer wieder verbunden habe. Und dann gibt es immer weniger Zweifel, auch wenn natürlich dann manchmal Ängste hochkommen, weil es halt auch einfach immer wieder mutig ist oder auch vielleicht manchmal Angst bringt, wirklich diesen tiefsten Kern aus sich rauszuholen und auch nach außen zu bringen. Aber das ist unsere Aufgabe hier. Und definitiv wird es auch mit Ablehnung verbunden sein. Aber wir können nicht, keiner von uns kann allen gefallen. Aber je mehr du das tust, desto erfüllter wird dein Leben sein. Und ja, es geht eben, wie gesagt, wie schon mehrfach jetzt in dieser Folge gesagt, um diese Herzverbindung und das Gefühl herzustellen, was du haben möchtest, was du leben möchtest. Und die Begrenzung, die du spürst, das sind deine eigenen Erfahrungen und deine Denkmuster. Einer meiner Mentoren, ich habe ja auch meine Mentoren, also so viele sind es nicht, es sind eigentlich zwei, aber einer davon hat gesagt, ich lebe nicht nach dem, was ich glaube, sondern nach dem, was ich will. Und das, was ich glaube, passe ich dem an. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Unsere Begrenzungen, das ist das, was wir gelernt haben. Aber unsere Träume, die können wir leben, wenn wir wirklich unsere Einzigartigkeit leben, unseren Träumen folgen und alles andere dem anpassen, auch unsere Gedanken und unsere Glaubenssätze, unsere neuen Glaubenssätze. Das ist das, was er meint. Ich lebe nicht nach dem, was ich glaube, sondern nach dem, was ich will. Und das, was ich glaube, passe ich dem an. Und er hat noch was Wunderschönes gesagt, das muss ich dir jetzt auch unbedingt weitergeben. Du musst nicht an dein Licht glauben, damit es leuchtet. Es ist doch sowieso schon da und es ist da, um zu leuchten. Und vielleicht hast du es nur mit ein paar Dingen zugedeckt, aber da sein wird es immer. Du hast auch deine Einzigartigkeit, alles in dir. Du trägst die Welt in dir. Es ist nur deine Aufgabe, das, womit du es zugedeckt hast, abzulegen und zu scheinen. Und du kannst jetzt mal eine Hand auf dein Herz legen und dich fragen, welche Realität willst du leben? Die deiner Begrenzungen oder die deiner Träume? Und dann schließ mal die Augen und verbinde dich wirklich mit deinem Herzen. Und spür auch deinen Atem. Mache mal vielleicht einen tiefen Atemzug. Und schau mal, ob du dein Herz spüren kannst, wie es für dich schlägt. Und dann frag dich mal, was habe ich zu geben? Und ich bin mir sicher, dass es mehr als die Welt ist, die du zu geben hast. Und dazu möchte ich dich 2021 ermutigen. Ja, es wird 2021 viele Wege geben, mit mir zu arbeiten oder auch einfach diesem Podcast weiterzulauschen. Denn auch hier werde ich dich weiterhin mit Folgen versorgen und möchte dich auch hier weiterhin von ganzem Herzen unterstützen auf deinem Weg. Und ich möchte dich inspirieren. Ich möchte, dass du durch diesen Podcast auch deine eigenen Schritte tun kannst und deine Begrenzungen lösen kannst, dich befreien kannst, deinen Weg gehen kannst und dich Schritt für Schritt entfalten kannst. Und es wird weitere, ich habe schon einige geplant, tolle Interviewpartner geben. Es wird auch Solo-Folgen wieder geben dieses Jahr mit Themen aus meinen Coachings. Oder wenn du mir Themen schreiben möchtest, die dich beschäftigen, dann kannst du das auch gerne tun. Dann gebe ich mein Bestes, das auch in die Folgen unterzubringen. Entweder als Thema in einer Solo-Folge oder ich frage auch gerne meine Interviewpartner manchmal dann zu diesen Themen. Also schreib mir dazu auch gerne. Der Podcast wird weiterlaufen. Und dann gibt es natürlich noch andere Wege, auch mit mir zusammenzuarbeiten. Ich werde, ich habe eine ganze Reihe von kleinen Workshops geplant. Der erste ist jetzt schon, also zur Anmeldung offen. Der startet am 11.1., geht vom 11. bis 15.1., fünf Tage, beziehungsweise der ist ja online, das wird jetzt nicht immer den ganzen Tag sein, sondern das sind einfach fünf Tage. Und an jedem Tag werde ich etwas zu einem Thema erzählen und eine Aufgabe geben. Also das wird, ich denke mal, maximal eine Stunde sein am Vormittag. Das kannst du dir dann aber, also wenn du nicht live dabei sein kannst, kannst du dir das natürlich auch hinterher anschauen. Und dann wird es an zwei Abenden ein Q&A geben, wo ich dann auch Fragen beantworte. Ja, in diesem ersten Workshop, der darum geht, in deine Schöpferkraft zu kommen und dir dein Schauspieljahr 2021 zu kreieren, da geht es darum, mithilfe von Human Design, was ich auch vorhin kurz angesprochen habe, deine Künstlerpersönlichkeit zu schärfen und wirklich nochmal auch neues Potenzial zu entdecken. Dann wird es darum gehen, zu erkennen, wo du dich noch blockierst vielleicht auf deinem Weg oder womit du dir im Weg stehst. Dann geht es darum, dich an deine wirklich tiefen Träume und dein wirklich im Kern Warum zu erinnern oder wenn du das noch nie gemacht hast, auch das vielleicht herauszuarbeiten und dadurch auch neue Motivation zu schaffen. Und dann wird es auch darum gehen, dir erste individuelle Schritte aufzuzeigen. Also ich werde Übungen anleiten, wo du auch dir selbst dann Schritte aufzeigst, die dich stückweise weiter an deine Ziele 2021 führen. Dann wird es darum gehen, Ressourcen zu aktivieren, denn in uns steckt so viel, was wir einfach nur zugedeckt haben, aber alles, was wir brauchen, steckt in uns. Und dabei möchte ich dich auch unterstützen, dir auf diesem Weg weiterzuhelfen und ja, dir auch ein Gefühl von Stabilität und Zuversicht und Glaube an dich zu geben und ja, den Mut zu haben, diese individuelle, ein schwieriges Wort, diese individuelle Reise anzutreten und wirklich in deine Größe zu gehen und deine Türen 2021 zu finden. Genau, das ist der erste Workshop vom 11. bis zum 15. Ersten. Den Anmeldungslink, den werde ich hier in die Shownotes schreiben. Man kann sich bis zum, ich denke mal, bis zum 9. Ersten abends anmelden. Du findest ihn natürlich auch bei Instagram oder auf meiner Facebook-Seite Actors and Mind Coaching oder bei Instagram unter maike.döling. Alle Links findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes und dann geht es aber natürlich dieses Jahr auch weiter. Es wird, ich werde eine ganze Reihe von Mini-Workshops geben. Die werden, so habe ich es zumindest jetzt geplant, mal schauen, ich habe auch noch einige Kooperations-Workshops geplant, aber mein Plan ist es eigentlich, zweimal im Monat einen Mini-Workshop zu geben. Das bedeutet, ein Abend, circa zwei Stunden zu einem Thema und das werden wirklich Preise sein. Das kann sich jeder leisten und ja, da wird es zweimal im Monat ein Thema geben, wo ich auch bei Instagram dann vorher, habe ich jetzt geplant, Abstimmungen machen werde. Also ich werde dann vorher vier Themen reingeben und abstimmen lassen, welche Themen am meisten gewünscht sind und diese Themen werde ich, zu diesen zwei Themen werde ich dann diese Mini-Workshops geben und du oder ihr wählt eben die Themen. Genau, das wird es geben. Ich weiß noch nicht genau, entweder starte ich am 21.1. oder dann im Februar, aber auch das werde ich bei Instagram bekannt geben oder auch bei Facebook. Facebook und dann wird es auch Gruppenprogramme geben. Also das sind dann wirklich Trainings. Also es wird mehrere dieses Jahr geben. Ich denke aber, also ich habe unterschiedliche Formate entwickelt und es wird eins geben, das im Februar startet, den genauen Termin. Ich denke jetzt Mitte Februar, den genauen Termin habe ich auch noch nicht. Das heißt Trust, Focus, Flow und da geht es in sechs Wochen darum, sich wirklich mit sich zu verbinden, sich selbst wieder zu vertrauen vor allem, weil so viele haben das Vertrauen verloren in sich und seine Fähigkeiten und glauben deshalb auch nicht mehr so richtig dran. Und da geht es darum, wirklich wieder sich mit sich zu verbinden, mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Einzigartigkeit, mit seinen Qualitäten und mit seinem Potenzial und dem aber auch wieder zu vertrauen. Denn nur wenn man sich vertraut und diese alten Denkmuster loslässt, dann kann man auch wieder in den Flow kommen und in seine Größe gehen und sich entfalten. Und es geht in diesen sechs Wochen eben darum, genau das zu trainieren. Auch dazu findest du, wenn es soweit ist, die Infos bei Facebook und Instagram, hauptsächlich Instagram. Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, mit mir zu arbeiten. Das ist das Mentoring. Ich begleite im 1 zu 1 Coaching Schauspieler und Schauspielerinnen auch auf ihrem Weg mit individuellen Themen und dafür kann man sich bewerben. Es gibt einen Bewerbungsbogen bei Instagram, den kannst du gerne ausfüllen. Das ist auch völlig unverbindlich. Aber ich mache für das Mentoring immer einen Kennenlern-Call vorher, weil ich natürlich da auch nur begrenzte Plätze habe für das 1 zu 1 Coaching und wirklich herausfinden möchte vorher, ob ich der Person helfen kann oder nicht, ob wir zusammenkommen, ob das passt. Und deswegen, wenn du an einem Mentoring interessiert bist, dann möchte ich dich bitten, diesen Bogen auszufüllen oder mir einfach zu schreiben bei Facebook oder Instagram. Genau, und das ist eine individuelle Begleitung über sechs Monate. Da gibt es unterschiedliche Modelle. Auch das kann ich dir dann also entweder einmal oder zweimal im Monat eine 1 zu 1 Session. Plus ich habe geplant, mit allen, die im Mentoring sind, einmal im Monat einen Gruppencall zu machen, sodass ihr euch auch da ein bisschen austauschen könnt, vielleicht auch die Themen der anderen so ein bisschen mitkriegt, weil ich auch festgestellt habe, auch in den Mentorings, in denen ich war, dass es so hilfreich ist, manchmal die Themen der anderen auch zu hören, weil man manchmal dadurch feststellt, ach, das ist ja auch mein Thema, nur ist es mir noch gar nicht so aufgefallen. Und das kann auch unglaublich inspirieren. Und deswegen möchte ich diesen Gruppencall einmal im Monat auch machen für alle, die im 1 zu 1 Mentoring sind. Das wird eine sehr überschaubare Gruppe sein, weil ich aktuell geplant habe, da nicht mehr als fünf Leute drin zu haben. Und zwei Plätze sind schon belegt, das heißt, es sind auch nur noch drei Plätze offen. Aber ja, das kann sich auch immer ändern und das kommt natürlich auch darauf an, wie viele Leute jetzt einmal im Monat, wie viele Leute zweimal im Monat das 1 zu 1 wollen. Und dadurch kann es natürlich auch sein, vielleicht kann ich ein paar mehr auch nehmen. Das wird sich dann alles entwickeln. Das sind die Möglichkeiten, mit mir zu arbeiten. In jedem Fall wünsche ich dir von Herzen ein frohes neues Jahr und bin mir sicher, dass du deinen Weg gehen wirst und ich unterstütze dich auf allen möglichen Wegen von Herzen darin. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.